Das vom Ministerium für Bildung und der Technikerkrankenkasse initiierte Programm Gemeinsam Klasse sein gegen Mobbing an Schulen in Sachsen-Anhalt kann jetzt landesweit ausgerollt werden. Rund 50 Beratungslehrkräfte und Schulpsychologen haben nach erfolgreicher Ausbildung zu sogenannten Ländermultiplikatoren, kürzlich in Magdeburg aus den Händen von Bildungsminister Marco Tullner, ihre Weiterbildungszertifikate erhalten. Damit sind sie jetzt befähigt, Lehrerinnen und Lehrer an weiterführenden Schulen für den Umgang mit den Inhalten der neuen digitalen Plattformen zu unterweisen. Diese richtet sich an die Jahrgangsstufen 5 bis 7. Schülerinnen und Schüler dieser Altersklassen sollen unter anderem mithilfe von Filmclips und Erklärvideos altersentsprechend und technisch zeitgemäß angesprochen werden. Die seit Schuljahresbeginn erstmals online zur Verfügung stehenden Module zur Mobbingprävention und Intervention haben den im Jahr 2011 von beiden Partnern veröffentlichten Anti-Mobbing-Koffer abgelöst. Mit dem Programm Gemeinsam Klasse sein sollen heranwachsende Eltern und Lehrende für die Problematik sensibilisiert werden. Interessierte Schulen können bis zu 5 Projekttage mithilfe umfangreicher, kostenfreier Materialien gestalten. Schulen, die das Programm nutzen wollen, erhalten unter der eingeblendeten Webadresse weitere Informationen. Schulen.